Hallo Leute, ich zocke, wie einige vielleicht ja wissen, seit einiger Zeit schon aktiv und viel Overwatch. Und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann angefangen, das Replay-System von Open Broadcaster im Hintergrund laufen zu lassen, damit ich die Highlights gut einfangen kann, ohne dass am Ende stundenlange Videodateien entstehen und ich die dann durchgehen muss. Und diese Highlights wollte ich jetzt einfach mal in einem Video zusammenschneiden, allerdings wäre das Video dann irgendwie nicht so besonders. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal anhand dieser Highlights zeige, wieso ich dieses Spiel so mag. Da wären erstens die genialen Bugs, die manchmal auftreten und einfach nur lustig sind. Ich habe dich unterbrochen. Äh, lol. Fail! Was ist das denn? Was war das denn? Zweitens, die ultra-dummen Fails, die man sich teilweise nicht einmal vorstellen kann. Also, dass sowas passiert, das hätte ich teilweise auch nicht mal gewusst. Davon habe ich jetzt nur einen jetzt aufgenommen, aber guckt euch das einfach mal an. So, dann gäbe es drittens die ultra-geilen Ultis, die manchmal echt genial aussehen, manchmal echt lächerlich, aber die sich einfach nur cool anfühlen, wenn man sie selbst mal ausführt. Keine Last ist eure gerechte Strafe! Viertens hätten wir dann die ganzen Skillshots, die man entweder mit Skill oder wie ich mit krassem Glück hinbekommt. Und als letztes hätten wir dann einfach nur die lustigen Szenen, die es einfach fast in jeder Runde gibt. Das müsst ihr euch einfach mal geben. Ah, die haben zwei! Oh, nein! Ja. Guck mal, ob ich bin, Hanso. Guck mal, ob ich bin, Hanso. Oh, hey! Die Mercy müssen, müssen wir wischen. Habe, Hanso? Ja, genau. Ja, genau, und halt, guck mal! Da! Hey, einer nach links, einer nach rechts! Ich so. Ah, die Temperatur ist gleich geblieben. Mir stimmt das! Ja nochmal die besten Ja nochmal die besten Ja GG Nö 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 Schut Ja fail Oh god Ja Ja LOL Achtung Reaper LOL Ja 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 Hallo Douglas Wobei ich nicht denke, dass ihr bis hierhin geguckt habt Dann war es jetzt von mir Ich hoffe das Video hat gefallen und bis dann Tschüss Ja Ja Ja